Hallo meine Freunde, willkommen zum Video von Nudan Boss! Willkommen zum Video meine Freunde! Ein Fake-Buffin von Chinty verursacht Verwirrung und schreibt irgendwelche Dissens gegen Bushido, man! Ist aber nicht der echte Chinty! Das ist wohl auch ein Troll oder ein Hater, selbstständig gemacht und einfach einen besonderen Account erstellt! Was ist los mit dir, man? Ist dein Leben nicht selbst irgendwie spannend genug, dass du jetzt irgendwie so Hater, Fake-Account erstellen wirst oder was? Was ist los mit dir? Stell dir doch einen eigenen Account, ob es nicht interessant genug ist, dass du von Chinty, dass du vom Schinty-Verdammt nochmal einen Fake-Account machen musst? Was ist los mit dir? Wenn du jetzt so einen Boss nicht in die Hände kriegen würdest, dann würdest du rennen, du Hater, man! Weil keiner macht mich nur zum Boss-Faxen, man! Okay, meine Freunde, komm, wir schnell zum nächsten Thema, man! Juju stichelt gegen Kat der krasse Wicke und kriegt gleich Antwort! Und Flissi verteidigt sie auch noch, Flissi, man! Auf die meinen Zogen, ich hab's ja verstanden, man! Du würdest gern, aber du weißt doch gar nicht, ob Juju auch wirklich gerne würde, he? Das weißt du ja nicht! Also beruhig dich, Flissi, man! Ich hab's dir schon mal gesagt, du musst dich bereuten, man! Und dann Juju, willst du endlich mal wieder Welle machen, mach dieses Sixty-Kram von damals wieder! Das war geil, man! Also dieser heutige Mocke, die ist so ein bisschen depressiv, ich feier das nicht mehr so, Juju! Ende das wieder auf damals, das war geil, man! Und nicht wie heute, man, verdammt noch, man! Aber okay, meine Freunde, das war's für den Video von Luna zum Pass! Aber nun, ich vergesse mal, Bruno, tschau mal!